Mit ihrer handlichen Größe ist die Proxon Superstichsäge SS230 ideal geeignet für viele Anwendungen. Mit einer Schnitttiefe bis 12 mm können wir Holz, Kunststoffe und NE-Metall bis 3 mm schneiden. Die Stichsäge von Proxon verfügt über eine Hubzahlregelung bis zu 4500 Hübe pro Minute. Sie hat einen großen Auflagetisch, den ich auch im Winkel neigen kann. Zudem gibt es als Zubehör diesen Parallelanschlag. Mein Lieblingseinsatzgebiet der Superstichsäge ist das Ausarbeiten von Ausnehmungen und Aussparungen. Der Vorteil der Superstichsäge liegt darin, dass ich lediglich eine Bohrung setzen muss und ohne den Wechsel des Sägeblattes direkt die Superstichsäge einsetzen kann. Um jetzt hier aber gut arbeiten zu können, benötigen wir eine spezielle Halterung, die natürlich auch im Proxon-Katalog zu finden ist. Und zwar diese Universalhalterung, die einfach über die Maschine gesetzt wird und in den Schraubstock geklemmt wird. So, damit wird aus dem handgeführten Gerät eine stationäre Maschine und wir beginnen mit dem Ausarbeiten der Aussparungen. Ausdaketische Musik Untertitelung des ZDF, 2020